Trimdich 2.0 erobert Deutschland. Sport immer und überall. Es geht einfach darum, sich selber zu überwinden, mit den Teamkameraden zusammen Gas zu geben. Keine Ausreden mehr. Wunderbar. Tough Mudder, Ninja Warrior, Calisthenics liegen voll im Trend. Ich bin süchtig nach Bewegung. Die eigenen Grenzen überwinden. Couch Potato war gestern. Gebt mal ein bisschen Gas, ihr seid hier bei einer Laufveranstaltung. Perfekte Körperbeherrschung, Lohn für hartes Training. Davon ein paar Durchgänge am Abend, der ist mir schon ganz gut fertig. Beim Parcourslaufen ist die Stadt das Trainingsgelände. Man weiß eigentlich zu 100 Prozent, was man tut. Fitness als Lebenselixier, Selbstoptimierung als Ziel. Ein Limit gibt es nicht. Ja, klar gibt es diese Momente, wo man denkt, man kann nicht mehr. Aber dann hält man sein Ziel vor Augen, fokussiert es nochmal neu an und dann geht es einfach weiter. Ein Samstag im brandenburgischen Schipkau. Gleich geht hier der Tough Mudder Run los. Eine Art Querfeldeinlauf, die immer beliebter wird. Allein hier sind 8000 Leute dabei. Zwischen einem Doktor und einem normalen Handwerker sind sie alle gleich hier. Was draußen nicht so ist. Und hier hilft jeder anderen. Jeder hilft jedem. Und nicht wie draußen laufen sie vorbei. Fast alle laufen in Mannschaften. Der Einzelne ist nichts, das Team alles. Fünf, vier, drei, viel Spaß zum Aussehen. Auf geht's! In einem Startblock sind 300 Teilnehmer. 14.40 Uhr. Ja, ich glaube 14.40 Uhr geht es heute vorbei. Es sind ungefähr 18 Startwellen. Manchmal gibt es noch eine Nachzüglergruppe. Die kriegen dann nochmal richtig Feuer, weil sie zu spät sind. Und dann geht es aber auf die Strecke. Das Mudder Guide Team ist an diesem Morgen eines der Ersten am Start. Vor allem für die Anfänger, die First-Timer, wird es wohl hart. Wenn man das hier sieht mit den Leuten, das ist überragend. Die Leute sind kostümiert, die haben gute Laune. Das ist eine Familie, die halten zusammen. Unser Ziel ist immer, vor allem die First-Timer heil rüberzukriegen, damit die ihre Ängste überwinden. Und wir werden auf jeden Fall tatkräftig unterstützen. 18 Kilometer liegen vor den Athleten. Und manch einer strotzt nur so vor Motivation. Überragend. Motivation hoch, Verletzungen da. Wir beißen vor Versagen. Aber ziehen wir durch. Wir haben uns nicht alle angeguckt, keine Ahnung. Aber wir bewältigen alle zu zehn. Kommen da ein paar mehr mit roten Lätzchen. Tough Mudder Rennen kommen aus Amerika. Darum heißen Hindernisse hier. Hindernisse, sondern Obstacles. Kiss of Mud klingt ja auch irgendwie besser als einfach nur Schlammrobben. Anheizer gehören zu jedem Hindernis dazu. Also was ich so sage, ist natürlich, dass sie ihren Po runternehmen sollen. Oder dass die T-Shirts noch sauber sind und jetzt gleich dreckig werden. Oder dass sie jetzt endlich mal sich ein bisschen wieder waschen können. Dass sie das Wasser nicht trinken sollen oder so. Und ja, einfach so Sprüche gerne einfallen. Mit Schwung in den Dreck. Manch einen erinnert die Mudderpampe an Frühjahr. Man kann endlich wieder Kind sein. Man kann im Natsch spielen, rumtollen, dreckig werden. Das ist so geil, das macht so Spaß. Aber zunächst geht's weiter. Gleich daneben neun Plastikröhren. Von oben bewässert. Dafür von unten schwer zu erreichen und sechs Meter hoch. Die Snod Rocket. Die Rotz-Rakete. Ist was für Feinschmecker. Da hoch. Und von oben kommt Wasser. Kriegst du also wenig Luft. Also ich dritte nach vorne. Hindernisläufe dieser Art werden immer beliebter. Allein dieser Veranstalter verzeichnet mittlerweile jedes Jahr fünfstellige Teilnehmerzahlen in Deutschland. Trimm dich 2.0. Wenn ich die Ego brauche, ein bisschen was. Einfach dumm halten. Wir machen's fürs Bier. Nur fürs Bier. Soviel zur Motivation. Anfeuern hilft aber so oder so. Wir helfen den Leuten mental, dass die, die über die Hindernisse besser rüberkommen. Wir brüllen die an. Für Jenny von der Truppe, die taffen Affen, ist diese Art der Motivation im Moment allerdings wenig hilfreich. Du hattest aber heute ein bisschen Zweifel aufgeschafft, oder? Ja. Sehr. Warum? Panik, Angst. Was war das für ein Typ? Kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben. Und jetzt? Jetzt will ich ein stolzes geschafft haben. Die Firmenkollegen von Siemens aus Berlin haben sich extra fein gemacht. Weil man sich einfach von der anderen Seite zeigen kann. Das ist mein Chef zum Beispiel. Von dem krieg ich immer Feuer. Und hier kriegt er von mir Matsch. Nein, hier kann man sich einfach auslassen. Das macht Spaß. Das Teambuilding ohne Ende. Das ist geil. Da immer mal etwas kaputt gehen kann, ist die ganze Zeit ein Reparaturteam auf dem Parcours unterwegs. Was denn los? Zu viel Dreck mit rein. Von daher ist da zwischendurch immer mal Filter sauber machen und sowas alle. Das ist eben so die Arbeit. Das passiert mal. Ja, ja, das ist normal. Bleibt nicht aus bei dem Dreck. Auch dieser junge Mann ist ziemlich sportlich unterwegs. Sein Name? Oliver Edelmann. Der 23-Jährige betreibt Sportakrobatik. Eine Disziplin, die überall machbar ist. Ja, normale Leute sehen hier nur Treppen. Aber wenn ich jetzt hier vorbeikomme, dann schaue ich mich um, dann sehe ich, okay, ich kann den Sprung von da machen, dann vielleicht über das Geländer, da links drüber springen und hinten wieder runter. Also es gibt echt beim Parcours, beim Freerunning so viele verschiedene Möglichkeiten, seine Umgebung zu nutzen und irgendwann bekommt man einfach so einen Blick dafür und der geht auch nicht mehr weg. Da sieht man, okay, ich kann da hochgehen und dann da rüber und ja, so ist es an jedem Platz eigentlich. Edelmann hüpft aber nicht einfach herum. Er ist dabei auch ziemlich erfolgreich. Vier deutsche Meistertitel in Sportakrobatik hat er bereits geholt. Auch in der Fernsehshow Ninja Warrior gehörte er zu den Spitzenathleten. Er war der Last Man Standing, der einzig verbliebene Teilnehmer der ersten Staffel. Edelmann scheiterte erst auf dem allerletzten Level. Gerade da am Ende sieht man das dann, wie sehr ich da gekämpft habe und einfach nicht loslassen wollte und wirklich durchgezogen habe. Das war Kraft, die man normal nicht hat. Das ist so, ich glaube, da habe ich so in normaler Weise arbeitet dein Körper so auf 80 Prozent der Kraft, die du hast. Und so in Notsituationen oder wo du dich wirklich sehr, sehr anstrengst, kannst du dir die letzten 20 Prozent abrufen. Und ich glaube, das habe ich in dem Moment gemacht. Doch das reichte am Ende auch nicht. Trotz aller Unterstützung aus dem Publikum. Was habe ich denn geschrien? Ich habe mich auch geschrien, gib Gas, halt durch oder fest meistens vom Akrobatik. Fest halt einfach nur, das heißt, ich dränge dich an, hau rein und ich weiß nicht mehr, aber ich war da selber so in Trance, dass ich gar nicht mehr weiß, dass ich wirklich alles geschrieben habe. Ich habe es danach auch im Fernsehen gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, war ein bisschen übertrieben, aber okay. Ja. Du warst halt mit Frau Melan dabei, ne? Natürlich, wie immer. Aus der Show wieder zurück auf die Straße. Beim Parcours wird alles zum Trainingsgerät. Die Stadt als große Spielwiese und das ohne Helm und Schoner. Naja, klar, für Außenstehende wirkt es immer sehr risikoreich, was wir machen. Egal in welcher Sportart ich jetzt gerade bin, im Parcours und Freerunning oder im Sportakrobatik oder bei Ninja Warrior. Das wirkt immer riskant und es sind immer viele Höhen dabei auch. Aber das ist nur für den Außenstehenden so. Wenn man wirklich dabei drin ist und involviert ist und in dem, was man macht, ist man sich 100 Prozent sicher und man weiß eigentlich zu 100 Prozent, ja, man weiß zu 100 Prozent, was man tut. Und dementsprechend geht da auch nicht wirklich viel schief. Diese Brüder haben eine Mission. Jescher und Manasse Heidel versuchen seit ihrer Kindheit stets ans Limit zu gehen und weit darüber hinaus. Jescher und Manasse wohnen noch zu Hause. Ihre Mutter kommt aus Indien, der Vater ist Deutscher. Die Familie ist Teil der Freien Christengemeinde Wiesbaden. Einer Freikirche, die verlangt, das Leben auf Gott zu fokussieren. Sport ist aber auch okay. Ich habe für eine Sache gebetet. Auf einmal ist es so entstanden, wie ich dafür gebetet hatte. Daraufhin war das dann für mich so ein Zeichen dafür, dass Gott seine Hand in diesen Projekten ins Spiel hat. Und dementsprechend versuche ich immer mehr, dieses Training oder das, was ich tue, meinen Lebensstil auch Gott zu widmen. Gemeinsam haben die beiden Brüder die Gruppe Legendary Workout aufgebaut. Es geht ihnen dabei um die Verbindung von Sport und Glaube. Und darum, sich für etwas zu engagieren. Das macht die Frau Mama mehr als stolz. Wenn ich sehe, meine Kinder, was die Leistung bringen und so, dann ist es für mich keine große Freude. Das größte, was in meinem Leben passiert ist, ist, dass die drei Kinder sind. Dein größter Stolz sind wir. Mama, du bist so süß. Ich bin wirklich stolz auf den Wissen. Calisthenics heißt die Sportart, bei der nur das eigene Körpergewicht genutzt wird. In Wiesbaden haben die Brüder ein Outdoor-Trainingsgelände dafür geschaffen. Finanziert auch aus Mitteln der Stadtverwaltung. Trainingszeiten? Eigentlich immer. Wir trainieren normalerweise fünf bis sechs Mal die Woche. Und an einem Tag, also der Sonntag, trainieren wir dann nochmal mit unserer Gruppe. Da sind wir auch sportlich aktiv, aber dann nicht so im Fokus, dass wir uns versuchen, selbst irgendwie mega zu pushen, sondern dass wir eigentlich mehr für die anderen da sind und den anderen ein bisschen was erklären. Trotz göttlichem Beistand und ganz profanem Sportler-Ehrgeiz kamen die beiden beim Ninja-Warrior nicht so weit, wie er hofft. Aber aufgeben gilt nicht. Bei der nächsten Staffel wollen sie wieder dabei sein. Ganz nach dem Motto. Glaube, Training, Hoffnung. Ja, klar gibt es diese Momente, wo man denkt, man kann nicht mehr. Aber dann hält man sein Ziel vor Augen, fokussiert es nochmal neu an und dann geht es einfach weiter. Und gibt es da Grenzen? Ja, irgendwann sagt ihr Körper auch einmal, jetzt ist Stopp. Und wenn der Muskelkater kommt, dann weiß man auch, dass man mal Regeneration braucht. Aber grundsätzlich weiß man, dass alles nur funktioniert, wenn man die Grenzen überschreitet. Auch Jeschers und Manasses kleine Schwester ist, wann immer es geht, mit von der Partie. Volle Geschwister-Power. Was? Also vorwärts, so. Was muss ich machen? Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gemacht. Wie, wie? Eins, zwei, ich spring rüber, so. Es gibt keine größere Motivation, als mit den Brüdern zu trainieren. Also in meinem Fall, das merke ich auch bei denen zwei enorm. Wenn die zusammen trainieren, keiner kann die besser motivieren als die selber, als die sich gegenseitig. Sonntagabends geht es für die Fitnessbrüder in die Halle. Die Freikirchen-Gemeinde der Familie mietet sie für das Training an. Mitmachen ist kostenlos. Statt Tischgebet gibt es zur Einstimmung ein Trainingsgebet. Okay, bitte seid jetzt kurz ruhig. Ich möchte kurz mit dem Gebet jetzt anfangen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute hier versammelt sein dürfen. Ich danke dir, dass dieses Team immer größer wird, immer mehr wächst, Herr Jesus. Mixed Martial Arts, Calisthenics, Parcours. Vielseitiges Training, das nicht nur der Fitness dienen soll. Der Körper ist für mich eigentlich gar nicht so wichtig, wie es aussieht, sondern wie stark er ist. Wie stark bin ich, wie viel Ausdauer habe ich, was schaffe ich so. Spielt ihr auch der Glaube eine Rolle? Mein Glaube ist mir sehr wichtig. Ich bin vor fünf Jahren ungefähr zum Glauben gekommen. Und wir treffen uns halt zusammen, wir beten. Unsere Kraft kommt viel daher, unsere Motivation auch. Also ohne Gott wäre das hier zum Nichts? Nein. Nicht dasselbe, ne? Nicht dasselbe. Die Zahl der Trainingsteilnehmer steigt. Offenbar treffen die Gebrüder Heidel mit ihrem Angebot einen Nerv. Vielen sind sie ein Vorbild. Einer von denen irgendwas macht, die sind immer alle zusammen unterwegs und machen die Sachen immer zusammen. Und ja, das motiviert mich auch, gerade in meiner Familie mit meinem Bruder mehr zusammen zu machen. Mein Bruder kommt jetzt auch mittlerweile hier ins Training. Und ja, es ist einfach cool so zu sehen, wie sie diesen Familienzusammenhalt in die Gruppe rein vermitteln, aber auch in ihren Freundeskreis vermitteln. Das ist sehr inspirierend auf jeden Fall. Wenn es nach Jescha und Manasse geht, sind sie mit ihren Trainingsgruppen und ihrem Engagement für andere gerade erst am Anfang. Irgendwann wollen sie aus ihrem Hobby vielleicht sogar einen Beruf machen. Aber immer im Team. Für mich habe ich das Ding mit meinem Bruder irgendwie auch aufgebaut. Alles, was wir gemeinsam machen, den Sport, man braucht den. Wenn ich einen Gegner habe, der mir überlegen ist und mein Bruder würde daneben stehen und mich motivieren, dann wäre ich der fast der festen Überzeugung, dass ich diesen Gegner auch überwältigen werde. Einfach aufgrund meines Bruders. Die beschleppsten Teilnehmer des Tough Mudder stehen vor der nächsten Hürde. Martialisches Kampfgeschrei soll Mut machen. Nach der Hälfte der Strecke wartet eine besondere Herausforderung auf die Teilnehmer. Für viele ist es das Angsthindernis. Hier heißt es Zähne zusammenbeißen. Das Wasser hat gerade einmal vier Grad. Da wird der ein oder andere dann doch eiskalt erwischt. Ein Kühllaster saugt für Nachschub. Temperaturregelung on the rocks. Säckeweise. Sanitäter stehen mit Hilfe und gut gemeintem Ratschlag parat. Zähne zusammenbeißen, schnell durch, schnell raus. Es wird nicht besser, wenn du wartest. Sie bleibt im kalten Wasser. Sie kühlt aus. Es wird nicht leichter, wenn man länger im kalten Wasser steht. Andere haben es nicht so eilig. Wie kalt ist das nochmal? Jetzt geht's. Meine Eier sind schon so klein geworden. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Ach, du hast es gesagt? Ja, es ist nicht schlecht. Na klar, das war ich hier. Jeder Junge kennt das. Zum Glück gibt es beim Tough Mudder keinen Punktabzug für Abkürzungen. Das Ganze soll ja Spaß machen. Das gerade noch innig plaudernde Paar hat sich derweil doch für getrennte Wege entschieden. Frauen sind eben einfach vernünftiger. Alter, das kannst du zeigen. Alter, Scheiße. Mein Körper hat ganz doll gezittert und dann war es so kalt und dann habe ich gesagt, dann muss ich aufhören. Dann habe ich aufgehört. Dieser Pikachu hat ganz andere Sorgen. Sein Outfit zieht ihn irgendwie runter. Die meisten im Mudder-Guide-Team brauchen den Extra-Kick. Damit es mit dem Eisbad nicht zu schnell vorbei ist, wird geknobelt. Klik, schluck, schluck. Jetzt musst du doch drinbleiben, oder wie? Und was hilft am besten gegen Kälte? Genau, Bewegung. Also, weiter geht's. Jetzt Ninja-Style. Für Michael Wohlfahrt ist die Kletterei ein Klacks. Der 31-Jährige war schon bei der Ninja-Warrior-Show dabei. Fitness ist sein Job. Andere stehen dagegen vor ihrem ersten Mal. Du musst dich da oben langhangeln und dann eigentlich so für Michael gerade. Du riechst auf die Seite ab. Aber das ist für die Jungfrauen. Das ist ein bisschen einfacher. Kraft ist bekanntlich nicht alles. Wenn es für Klimmzüge nicht reicht, muss es eben auch mal anders gehen. Voll geschummelt. Voll geschummelt. Eigentlich kacke, ich hab's probieren sollen. Ich hab keine Armkraft. Der Langkacke ist einfach zu schwer. Okay, hat's auch nicht geschafft. Seht ihr? Die war schummelt. Auch in Hamburg gibt es einen Ninja-Warrior, der in der Fernsehshow alles gegeben hat. Sein Name? Daniel Schmidt. Seine sportliche Heimat? Das Trampolinspringen. Sein großes Ziel? Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Dafür trainiert Schmidt auf höchstem Niveau. Ninja-taugliche Fitness ist schon jetzt das Resultat. Ja, das sind halt schon so Sachen, die ich manchmal noch zwischendurch zum Aufwärmen mache, die man für Ninja Warrior auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Ja, das ist schon so. Ja, das ist schon relativ anspruchsvoll. Das ist schon relativ anspruchsvoll. Das ist eine Mischung aus Achterbahnfahren und Fliegen. Man hat diese Action, dass man sich dreht in der Luft und durcheinander ist und von außen sieht das vielleicht so aus, dass man nicht weiß, wo man ist. Aber ich habe die ganze Zeit Kontrolle über meinen Körper, wo ich mich befinde und was ich mit meinem Körper mache. Wenn man das auf dem Niveau macht, dann sieht das von außen relativ leicht aus. Und das ist halt die Kunst, so soll es halt aussehen. Aber da steckt schon ordentlich was dahinter. Die Sportart liegt bei Schmidt in der Familie. Schon sein Großvater machte große Sprünge. Sein Vater gab das Wissen dann an Daniel weiter. Ich habe ihn schon mit vier, fünf Jahren zum Spielen mitgenommen in die Halle. Und mit sechs Jahren habe ich ihn dann mal irgendwann gefragt. Ich sage, Mensch, Daniel, wie sieht es aus? Möchtest du das Tramodin-Turn richtig trainieren, richtig regelmäßig und Schritt für Schritt weitergehen? Aber dann machen wir das auch richtig. Er hat sich noch eine kleine Bedenkzeit damals ausgesucht. Aber dann kam er an und sagt, der Papa, ich möchte Tramodin-Turn richtig machen. Und das ist bis heute so geblieben. Das Rezept für den Erfolg? Ein ausgefeilter Trainingsplan und Disziplin. Daniel Schmidts Zeit ist durchgetaktet. Training, Arbeit, Training. Und dazwischen immer wieder Wettkämpfe. Zuletzt gewonnen habe ich hier am Wochenende den Kiepenkerlencup. Das war in der Disziplin Doppelminitram. Und mit diesem Pokal hatte ich die Höchstpunktzahl des gesamten Tages und habe auch gleichzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaften geschafft. Zurück zum Tough Mudder Rennen und dem Guide-Team von Michael Wohlfahrt. Die Truppe befindet sich inzwischen auf dem letzten Drittel der 18-Kilometer-Strecke. Einiges liegt aber noch vor ihr. Monkey Monkey, den Everest, Pyramid-Team, Kong, Elektroschock. Also ein bisschen haben wir noch. Die guten Hindernisse kommen ganz zum Schluss. Jetzt geht's erst los. Und wie sieht's mit den Krästen aus? Ja, man merkt langsam ein bisschen die Anstrengung. Dieses Hindernis heißt Everest und ist, man ahnt es auf Anhieb, der ideale Ort zum Scheitern im ersten Anlauf. Geschwindigkeit plus Flamm und Wasser gleich Rutschbahn. Da bleibt nicht jedes Nasenbein gerade. Nur die Harten kommen Garten. Was ist denn passiert? Mich erhalten und fahren auf die Flasche. Hauptsächlich Platz gefunden, weil die Leute einfach beim Abrutschen mit dem Kopf nochmal aufhauen. Seit letztem Regen ist alles sehr klitschig. Laufen Sie denn jetzt noch weiter, die letzten Meter? Hallo, hallo, hallo! Für die Siemens-Kollegen ist keine Anstrengung zu viel, kein Spruch zu abgedroschen. Wie wär's mit dem? Keiner bleibt zurück. Oder dem. Jede Kette ist so schwach wie ihr dickstes Glied. Auch nicht ein zweites Mal. Versuche hat jeder Teilnehmer übrigens, so viele er eben braucht. Was wiegst denn du? Über 120. Was? 107 oder 106,5. Mit dem Matsch. Michael Wohlfahrt hat schon mehr als 50 dieser Events gemeistert. Im Garten hat er einen eigenen Ninja-Parcours. Sein Hobby hat er als Trainingsanbieter inzwischen zum Beruf gemacht. Quasi ein Profi-Mutter, der auch das Everest-Hindernis locker nimmt. Teamwork ist ja angesagt. Auf Zeit kommt es nicht an. Hauptsache, alle schaffen es. Au! 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 Und dann plach an die Wand, plach an die Wand, plach an die Wand, plach und ein Bein hoch ist. Zieh auf, zieh auf! Die lasst mir nicht mehr runter! Jawohl! Jawohl! Wenn dann jeder einen Arm packt, einen Fuß packt von einem und man wird hochgezogen, ist dann vom Teamgefühl schon viel. Doch der plastikbezogene Everest hat so seine Tücken. Vor allem der runde Abschluss an der oberen Kante macht vielen Teilnehmern zu schaffen. Wieder ein Fall für das Reparatur-Themen. Normalerweise laufen die hoch und packen die hinter der Dachlatte, aber die helfen die trotzdem noch mit. Das ist hier oben natürlich jetzt ein Hindernis noch zusätzlich. Und das Gegendlich haben zu viele nicht geschafft, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Und sie verletzen sich zu viele hier. Das war das Problem, glaube ich. Diese Outdoor-Spektakel werden erst seit einigen Jahren angeboten. Sie sind Teil eines Trends, bei dem man sich immer neuen, spektakuläreren Herausforderungen als Freizeitsportler stellt. Ein Ticket hier kostet rund 100 Euro. Mehr als drei Millionen Teilnehmer haben weltweit allein schon bei dieser Veranstaltungsreihe mitgemacht. Auch Sebastian, alias Pikachu, war schon öfter dabei. Eine echte Hängepartie. Für ihn also nichts Neues. Ich werde mal ein bisschen verarscht, weil ich ihn noch nicht geschafft habe. Zehn Mal ist er schon reingefallen. Ich habe gesagt, heute mit dem Kostüm, mit zehn Kilo extra, da kann das was werden. Dann kann ich richtig sagen, yo, scheiße, das ärgere mich echt. Bisschen mehr Klettern geht zu Hause. Aber du hast natürlich das Kostüm an, ne? Du hast keine Ausrede, ne? Macht sich ja selber schwerer. Manches erinnert hier an die Grundausbildung bei der Bundeswehr. Nur, dass hier alle freiwillig mitmachen. Raus aus dem Alter. Macht Spaß, abwechselnd. Wenn man es einmal macht, entweder macht man es nochmal oder nie wieder. Das ist ein Versuch. Also ich glaube, es gibt die Leute, die machen danach halt noch 20 Stück oder gar keine. Unter den Teilnehmern findet sich sogar ein echter Veteran der Trimm-Dich-Bewegung. Das ist mein Mann. Hat er zum 60. Geburtstag geschenkt gekriegt. Das war gut. Ich habe früher bei Spiel ohne Grenzen mitgemacht. Vor vielen Jahren Spiel ohne Grenzen in Limburg an der Lahn. Und da haben wir auch solche Sachen gemacht, nur mit viel Schmierseife und Wellen und solchen Geschichten. Und das hier ist das Ähnliche nur für alle. Hier kann man einfach so mitmachen. Macht Riesenspaß. Wenn er mir es nicht geschenkt hätte zum Geburtstag, wäre ich wahrscheinlich nie dazu gekommen. Aber jetzt bin ich nicht das letzte Mal hier. Das Besondere bei diesen Events, niemand schaut auf die Stoppuhr. Es geht nicht um die schnellste Zeit, sondern um den meisten Spaß. Ja! Ein bisschen Schmier! Super! Sehr gut! Sehr schön! Und auch der Herr da hinten ein bisschen schneller! Du bist nicht so glücklich! Und Free Hugs sind sogar inklusive. Warum seid ihr denn so dreckig? Weil die Leute uns immer anpassen. Weil sie uns bekuscheln. Sie wollen lieber kuscheln als laufen. Trampolinspringer Daniel Schmidt ist nicht nur Leistungssportler, sondern auch Polizist. Der 26-jährige Polizeimeister verrichtet seinen Dienst in einer Hundertschaft der Hamburger Bereitschaftspolizei. Nicht nur beim Sport, auch bei der Wahl seines Berufes hat sich Schmidt ein Beispiel genommen an seinem Opa und seinem Vater. Ebenfalls beide Polizisten. Man sagt natürlich gerne dann mal, hattest du überhaupt eine andere Wahl? Das war mal eine andere Chance, aber die hatte ich auf jeden Fall. Ich habe ein Schülerpraktikum damals gemacht in der 10. Klasse. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, vielleicht wird man so ein bisschen vorgeschädigt, schon durch die Familie. Aber mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich komme immer gerne hier ins Haus auf jeden Fall und arbeite. Zu Dienstbeginn steht erst mal Frühsport auf dem Plan. Guten Morgen! Guten Morgen! Wenn wir gleich laufen, werden wir es immer so machen, dass falls irgendeiner abreißen sollte, der wird wieder eingefangen. Also bitte keinen Kopf machen. Wir sind ein wenig unterwegs. Und wenn ihr zurücklauft, würde immer so, dass ihr auch noch tatsächlich ankommen könntet. Irgendwelche Fragen? Nein. Sehr gut. Dann laufen wir jetzt los. Wie praktisch, dass der Hamburger Stadtpark nur ein paar hundert Meter vom Polizeipräsidium entfernt liegt. Ideales Trainingsgelände. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun, zehn. Im Dienst laufen die Beamten oft in einer mehrere Kilo schweren Schutzausrüstung. Etwas Kondition zu haben, ist davon Vorteil. Also alles, was mit Ausdauer zu tun hat, für mich ist ein bisschen anstrengender, da meine Sportartraummonitoren eher mit Schnellkraft zu tun hat. Startparkrunde, jetzt merke ich natürlich schon von der Luft ein bisschen. Kann jeder ein bisschen individuell gestalten mit dem Tempo. Aber sind Sie jetzt müde? Ne, müde überhaupt nicht. Bisschen nass halt jetzt vom Regen, aber es ist Hamburger Schiedwetter, damit kann ich um. Nach dem Hamburger Schiedwetter gibt es für Daniel Schmidt und seine Kollegen erst einmal Frühstück. Ich kann eigentlich alles essen, da ich mich so viel bewege, habe ich kein Problem mit Gewichtszunahmen oder so. Je gesünder ich esse, desto fitter fühle ich mich natürlich. Und deswegen achte ich ein bisschen drauf mit Obst, Gemüse, Süßigkeiten natürlich im Maße. Aber ich nasche sehr, sehr gerne, auch Schokolade und Süßigkeiten, also Weingummis. Was ich nicht so oft mache, ist jetzt irgendwie McDonalds oder sowas, aber sonst darf es alles sein. Im Kreis seiner Kollegen will Schmidt niemand Besonderes sein, trotz seiner sportlichen Erfolge. Ja, er ist einfach ein witziger Typ, ein smarter Typ, aber trotzdem nicht abgehoben. Trotzdem er eben öffentlich bekannt ist, ist schon cool. Diesmal springe ich von Level zu Level und mache den Endgegner platt. Let's go! Christian Balkheimer war schon zweimal in der Show dabei. Beim ersten Mal kam er sogar bis ins Finale. Das Herz ist auf 200 einfach. Ich war zwar dieses Jahr viel lockerer als letztes Jahr noch, aber man nimmt es sich vor, locker zu bleiben. Aber es geht irgendwie jedem so, dass man dann da auf der Bühne steht und dann alle einen anfeuern und man sich dann denkt so, okay, jetzt halt bloß nicht reinfliegen. Doch ohne ein Quäntchen Glück ist es sehr schwer. Wenn man ja weiß, dass er alles soweit kann, er hat das Können, die Geschicklichkeit hat er, aber man weiß halt, dass der Tollpatsch manchmal durchdringt. Und man hofft dann einfach und man ist wirklich sehr nervös und das Herz schlägt, das sind die Ohren. Bei seiner zweiten Teilnahme kam er immerhin ins Halbfinal. In dieser Scheune in Leibheim hat sich Christian seinen eigenen Ninja-Warrior-Traum verwirklicht. Okay, jetzt sind wir hier bei mir in der Halle, in der Scheune. Das Grundschild gehört eigentlich meinem Nachbarn und der lässt mich hier die ganzen Spielzeuge reinbauen. Und es sind ungefähr 500 Quadratmeter, ist alles selber gebaut hier, alles mit viel Zeit und viel Langeweile entstanden. Und immer wenn ich mal Semesterferien habe oder Zeit, dann baue ich was Neues oder wenn ich was Cooles sehe oder eine coole Idee habe, dann lasse ich mir was einfallen und bastle ein bisschen rum. Mehr als fünf Jahre dauerte der Aufbau der 30 Hindernisse. Obwohl viele Geräte Geschenke von Sportvereinen sind, gut 5000 Euro hat er investiert. Okay, hier seht ihr das berühmt-berüchtige Windspiel, an dem bin ich letztes Jahr im Finale gescheitert. Habe ich dann natürlich gleich nachgebaut, weil ich das üben wollte. Einfach ein Stahlrohr, Gripbeschichtung drauf, Seildoch und ich zeige euch einfach mal, wie das funktioniert, weil das kann man sich immer nicht so leicht vorstellen. Christian hat Elektriker bei Airbus gelernt. Den ganzen Tag musste er vor einem Mikroskop sitzen, um gelötete Verbindungen zu kontrollieren. Das war nichts für den Kletterer und Kampfsportler. Er schmisst den Job, holte das Abi nach und studiert jetzt Sport in München. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Trainer in einer nahegelegenen Boulderhalle. So, hier sehen wir die Selmenletter, im deutschen Fernseher auch Himmelsleiter genannt. Und das ist das Parade-Hindernis von Ninja Warrior Germany. Man hängt sich an die Stange und springt dann nach oben. Ich zeige es mal. Man kann auch einen auslassen. Funktioniert auch. Kann man nach Sport süchtig werden? Ja, auf jeden Fall. Bist du es? Ja, würde ich sagen, ja. Oder ich bin süchtig nach Bewegung, sagen wir so. Man bewegt sich eh viel zu wenig. Ein guter Ninja Warrior benötigt Kraft, Ausdauer. Koordination und Konzentration. Jeden Donnerstag treffen sich in der Halle Gleichgesinnte zum Training. Umsonst. Christian will allen Parcours-Verrückten einen Spielplatz bieten. Dicke Muckis sind dabei nicht entscheidend. Ich glaube, Ninja Warrior ist halt sehr interessant, dass du nie weißt, wie stark wirklich der Athlet ist. Und dass du sehr überrascht wirst im Fernsehen. Andersrum genauso sehr muskelbetrachte Leute nicht sehr weit kommen. Wichtig auch, gutes Eigenmarketing. Aus Christian wird dann Super Mario. In der Show kämpft jeder für sich. Hier wird zusammen trainiert. Das Schöne an Ninja Warrior ist, dass man sich zusammentrifft, zusammen trainiert. Und es sind jetzt zum Beispiel auch welche aus Stuttgart oder Karlsruhe gekommen. Hier ist der Sascha, der hat letztes Jahr auch mitgemacht. Da hinten ist die Tabitha und die Samara, zwei Mädels. Eine aus München, eine aus Stuttgart. Und das finde ich total super. Die kommen von weit weg hierher. Man trainiert zusammen, man hat zusammen Spaß. Man versucht zusammen die Challenges zu meistern. Samara Banikow ist Hochseilartistin aus Stuttgart. Seit ihrer Kindheit hängt sie am Reck. Also man ist sich natürlich der Gefahr bewusst. Aber ich glaube, man darf auch nicht zu viel dran denken, weil es hemmt einen. Es hemmt einen ganz gewaltig. Wenn man die ganze Zeit nur dran denkt, was passieren könnte. Ich glaube, das Sicherste ist, sich gut vorzubereiten. Und dann die Angst ausblenden. Was hier so leicht und spielerisch aussieht, bedarf enorm viel Training und Körperbeherrschung. Christian jedenfalls hat noch einiges vor. Hier in der Halle, ja, immer weiterbauen, noch mehr Hindernisse bauen, größer werden. Vielleicht eines Tages noch eine größere Halle bauen und umziehen. Mal schauen, also mein Ziel wäre ja schon, vielleicht das Ganze dann professionell, beruflich zu machen. Eine Riesenanlage zu öffnen, wo Ninjas zum Trainieren kommen können. Und ja, das wäre so ein bisschen mein Ziel. Auf dem Tough Mudder Parcours von Schipkau sind für Michael Wohlfahrt und das Guide-Team inzwischen die letzten Kilometer angebrochen. Jetzt kommt nochmal ein richtig geiles Teamhindernis. Wir haben jetzt schon mal einen Schlachtplan entwickelt, wenn wir hochkommen. Mal gucken, ob es aufgeht. Das Hindernis ist die sogenannte Pyramide. Eine steile und vor allem ziemlich rutschige Kunststofframpe. Allein geht da gar nichts. Bei Michael und Co. hört sich das nicht nur in der Theorie ganz gut an. Es klappt auch ziemlich gut in der Praxis. Okay, für Akrobatik im Cheerleader-Style reichen diese schlammigen Formationen nicht wirklich aus. Aber egal, dank vorbildlicher Haltungsnoten schafft es auch der Letzte aus der Motherguide-Truppe Flux nach oben. Füße an die Leiste, dreimal nebeneinander, zwei drüber und fertig ist die Pyramide. Auch die Neuankömmlinge, bitte Gas geben. Schmeißt euch da hinten, da wo Platz ist. Und da könnt ihr gerne auf die Schultern der anderen treten. Helft euch, unterstützt euch, ab nach oben. Schaut euch die Teamkollegen an, die helfen euch alle. Trotz aller Tipps. Andere tun sich an der Pyramide eindeutig schwerer. Haltungsnote? Naja. Madder ist das schöne englische Wort für Schlamm. Und davon gibt es dann Tough-Madder-Rennen bis zum Schluss reichlich. Beim sogenannten Block-Ness kommt zur schlammigen Brühe auch noch die technische Herausforderung. Ein bisschen Schwung hilft ungemein. Aber bis hierher haben die Teilnehmer auch schon 20 Hindernisse hinter sich. Alleine ist es relativ schwierig. Wenn sie zusammenarbeiten, wird es natürlich leichter. Am besten auf der einen Seite welche, die ziehen, auf der anderen Seite welche, die drücken und dann kommen die Leute ganz einfach rüber. Oder so. Spezielle Technik von uns. Wir bleiben möglichst lange auf dem Block, ziehen da möglichst viele Leute drüber, bringen das Ding in Schwung. Ja, ist relativ effektiv. Einfach den Balken wie einen Hähnchenspieß drehen. Gewusst wie. In Hamburg steht bei der Bereitschaftspolizei das Training eines Demo-Einsatzes an. Trampolin-Ass Daniel Schmidt wechselt heute mal die Seiten, spielt in der Übung einen Anhänger des schwarzen Blocks. Einmal die Störer, wir treffen uns mal vor dem Block. Daniel und seine zivilgekleideten Kollegen stellen gewaltbereite Störer auf einer Demonstration dar. Nicht lange und die Gruppe greift die anrückenden Polizisten mit Wurfgeschossen an. Hopp, hopp, hopp. Neue im Galop. Hopp, hopp, hopp. Neue im Galop. Hopp, hopp, hopp. Neue im Galop. Demos gehören zum Alltag einer Hundertschaft. Übungen sind das eine, aber Einsätze wie beim G20-Gipfel in Hamburg kann man nur bedingt trainieren. G20, den habe ich ja voll und ganz erlebt. Ich war die ganze Zeit mit dabei. Man kann auch sagen, eigentlich erste Reihe. 57 Stunden waren es nachher, glaube ich, letztendlich, die wir dauerhaft im Einsatz waren. Irgendwie dazwischen immer mal gedöst. Halb im Stehen, halb im Sitzen, irgendwie auf der Fahrt mal. Ansonsten hat man eigentlich echt alles miterlebt. Und das war körperlich, war das eines der anstrengendsten Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber auch das Training für Ninja-Warriors hat es in sich. Die Halle bietet dafür beste Voraussetzungen. Der in der Show zu bewältigende Parcours bedarf besonderer Vorbereiter. Ja, was ich jetzt hier noch mache, ist halt dieses spezielle Ninja-Training. Da haben wir hier sogenannte Zapfen, ein paar Kugeln noch, ein Handtuch zum Greifen. Das ist einfach alles, um Griffkraft zu machen. Und da geht es doch um, hier sich ein bisschen hin und her zu hangeln. Genauso wie ich diese ganze Sprossenwand gleich noch nutzen werde. Da kann man die sogenannte Himmelsleiter ganz gut trainieren. Und das ist halt alles Oberarmkraft und alles andere mit Koordination, Gleichgewicht, Balance. Das habe ich so schon ganz gut bei mir im Training drin. Aber da kann ich hier auch noch ein paar Übungen machen in der Halle. Das waren jetzt vielleicht so 30 Sekunden, aber ich merke es jetzt schon in den Armen. Und da vor ein paar Durchgänge am Abend, der ist aber schon ganz gut fertig. Sogar für einen Top-Athlet-Ton wie Trampolin-Meister Schmidt ist Ninja-Warriors eine Herausforderung. Selbst wenn man die Wände hochgehen kann. Und Klassiker von Ninja Warrior, wer so weit kommt, ist natürlich die Wall. Und die kann ich hier in der Halle trainieren und deswegen versuche ich jetzt mal hier hoch zu laufen. Der nächste Wettkampf kann kommen. Die Teilnehmer des Tough Mudder befinden sich auf der Zielgeraden. Hindernis folgt auf Hindernis. Und für Pikachu die nächste Hängepartie. Inklusive Absturz. Immer schön freundlich. Profi-Mader Misha hat den Trend erkannt. Ich glaube, dass die klassische Pumperreise und den Fitnessstudios, der Trend ist ein Mittel vorbei. Es geht viel mehr ins Funktionelle rein. Und die Hindernisse, die Leute sehen es im Fernsehen mit Ninja Warrior und alles. Die wollen das auch mal hautnah erleben. Und hier beim Tough Mudder sind sie da halt schon richtig gut aufgehoben. Zum Schluss gibt es dann noch einen ganz speziellen Nervenkitzel frei Haus. Die herunterhängenden Drähte haben es wortwörtlich in sich. Für Jungfrauen, also Tough Mudder Anfänger, ist das Hindernis Pflicht. Wie ein Kuh, Kuhweide zahlt. Schmerzhaft. Richtig geil, so rum. Naja, wer es mag, dann ist es geschafft. Und zum Zeichen des Triumphes gibt es statt einer Medaille ein Stirnband. Damit man erkennt, wer wirklich die ganzen 18 Kilometer gemacht hat, bekommt die halt auch ein Band jeder. Komm schon! Wie ein Ritterschlag ist eine Ehre. Wenn du das erstmal gemacht hast, dann hab das, zeig eine Leistung an. Und dafür knien die sich halt. Quälerei, Kälte, Schmutz und blaue Flecken. Der Weg ist ja bekanntlich das Ziel. Und hier lang genug sogar für ein wenig Poesie. Der Kopf tut weh, die Füße stinken. Höchste Zeit, ein Bier zu trinken. Darf ich noch wen grüßen? Endlich angekommen. Durstig, erschöpft, aber glücklich. Sag mal, wie geht's denn jetzt, die Katze? Oh, ich bin so ein bisschen durch. Mein Kostüm ist kaputt, meine Schuhe sind beide kaputt. Aber eine richtig geile Nummer wieder mit den Leuten. Hat super viel Spaß gemacht, aber auch echt anstrengend. Gut vier Stunden hat die Gruppe am Ende für den Schlammparcours gebraucht. Keine Bestzeit, aber darauf kommt es ja auch nicht an. Okay, auf geht's. Sonnenbrille noch. Ein nach rechts. Und er verliert sich nicht genau. Genau. Stopp! Maler! Stopp! Maler! 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 Stopp! Maler! Stopp! 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 Maler! 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 Vielen Dank.